Dinge, die du safe mal gemacht hast in GTA 5. Wir sind alle mal zum Golfplatz gegangen und haben eine ganz entspannte Runde Golf gespielt. Ich glaube, es gibt niemanden, der noch nie versucht hat, den Zug aufzuhalten. Oder sich ein neues Tattoo stechen zu lassen. Die verrücktesten Stunts versuchen und reinscheißen. Einfach mal GTA 5 als Tier spielen. Einen NPC vom Macebank Tower hauen. In die Grove Street fahren, um CJ zu suchen. Das Meer mit dem U-Boot erkunden. Stunts mit dem BMX machen. Und ich denke, jeder hat mal versucht, nach den Verkehrsregeln zu fahren. Like das Video, wenn du diese Dinge mal gemacht hast.